Es gibt kaum einen Künstler, der im weiten Reich der deutschen Musik so tiefe Spuren hinterlassen hat wie Jürgen Markus. Mit seiner kraftvollen und gefühlvollen Stimme eroberte Markus im Laufe seiner Karriere die Herzen des Publikums. Von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seinem Aufstieg zum Star untersucht dieser Artikel das Leben, die Erfolge und das bleibende Erbe von Jürgen Markus und beleuchtet seine musikalische Reise voller Leidenschaft und Widerstandsfähigkeit. Jürgen Markus wurde am 6. Juni 1948 in Herne, Deutschland, geboren. Aufgewachsen in eine Arbeiterfamilie, entdeckte Markus schon früh seine Liebe zur Musik. Inspiriert von Größen wie Elvis Presley und Roy Orbison begab er sich auf den Weg, seinen Traum, Sänger zu werden, zu verwirklichen. Markus' musikalische Reise begann in lokalen Talentshows und kleinen Veranstaltungsorten. Wo er sein Handwerk verfeinerte und wertvolle Erfahrungen sammelte. Seine außergewöhnlichen stimmlichen Fähigkeiten und seine charismatische Bühnenpräsenz erregten bald die Aufmerksamkeit von Branchenprofis und ebneten ihm den Durchbruch in der deutschen Musikszene. 1972 erlangte Jürgen Markus mit seinem Chart Stürmer Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben Berühmtheit. Das Lied, das sich durch Markus kraftvollem Gesang und seine herzliche Darbietung auszeichnete, berührte das Publikum und wurde schnell zu einer Hymne der Liebe und Hoffnung. Sein Erfolg katapultierte Markus ins Rampenlicht und festigte seine Position als aufstrebender Star. Aufbauend auf diesem Triumph veröffentlichte Markus mehrere Hitsingles, darunter ein Festival der Liebe im Jahr 1973, was seinen Status als beliebter Sänger weiter festigte. Seine Lieder faszinierten die Zuhörer mit ihrem melodischen Reichtum und ihrer emotionalen Tiefe und brachten ihm eine treue Fangemeinde und große Anerkennung ein. Das Talent von Jürgen Markus überschritt nationale Grenzen und führte zu internationaler Anerkennung und Chancen. 1976 vertrat er Luxemburg beim Eurovision Song Contest mit dem Liedschansoen Spurze Juxki Seiment, Lieder für diejenigen, die sich lieben. Obwohl er nicht gewann, fand Markus zutiefst empfundene Leistung bei den Zuschauern in ganz Europa großen Anklang und festigte seinen Ruf als vielseitiger und begabter Künstler. Markus erweiterte seine Karriere über die Musik hinaus und erkundete die Bereiche Schauspiel und Musiktheater. Er übernahm Rollen in Produktionen wie Elisabeth und A Chorus Line und stellte seine Vielseitigkeit als Darsteller unter Beweis. Diese Unternehmungen ermöglichten es ihm, neue Facetten seines künstlerischen Ausdrucks zu erkunden und seine Anziehungskraft auf ein vielfältiges Publikum auszudehnen. Hinter den Kulissen sah sich Jürgen Markus mit persönlichen Kämpfen konfrontiert, die seine Belastbarkeit auf die Probe stellten. Ende der 1970er Jahre gab er zu, dass er schwul sei, ein mutiger Schritt in einer Zeit, in der die Akzeptanz von Homosexualität begrenzt war. Markus' Offenheit gegenüber seiner Sexualität löste Kontroversen aus und löste in einigen Teilen der Gesellschaft Gegenreaktionen aus. Er blieb sich jedoch treu und schuf weiterhin Musik, die bei Fans aller Herkunft an Klang fand. Auch Markus' Privatleben stand vor Herausforderungen, darunter der Kampf gegen die Sucht, der sich auf sein Wohlbefinden und seine berufliche Laufbahn auswirkte. Trotz dieser Hürden zeigte er eine bemerkenswerte Belastbarkeit und Entschlossenheit und nutzte seine Musik als Quelle der Kraft und Inspiration. Die Musik und das Vermächtnis von Jürgen Markus faszinieren das Publikum noch lange nach seinem Tod. Seine unverwechselbare Stimme, seine herzlichen Texte und seine Fähigkeit, durch Lieder tiefe Emotionen hervorzurufen, haben einen unauslöschlichen Eindruck in der deutschen Musiklandschaft hinterlassen. Über seine Hits hinaus, die die Charts stürmten, ist Markus' Einfluss auch in der Arbeit nachfolgender Generationen deutscher Musiker erkennbar. Seine Hingabe an sein Handwerk, seine unerschütterliche Authentizität und sein Mut, seine Wahrheit zu leben, sind eine starke Inspiration für aufstrebende Künstler. Darüber hinaus reicht die Wirkung von Jürgen Markus über den Bereich der Musik hinaus. Sein unerschütterlicher Mut, seine Sexualität in einer Zeit, in der die Akzeptanz begrenzt war, offen anzunehmen, machte ihn zu einer Ikone der LGBTQ-Plus-Community. Durch die Weitergabe seiner persönlichen Wahrheit wurde Markus zum Symbol für Widerstandsfähigkeit und Authentizität und inspirierte andere dazu, ihre eigene Identität anzunehmen und ohne Angst oder Scham zu leben. Im Laufe seiner Karriere hat Jürgen Markus immer wieder Grenzen überschritten und seinen künstlerischen Horizont erweitert. Er wagte sich in verschiedene Genres vor, experimentierte mit neuen Klängen und arbeitete mit verschiedenen Künstlern zusammen. Seine Bereitschaft, kreative Risiken einzugehen, zeigte seine Vielseitigkeit als Künstler und ermöglichte ihm, sich musikalisch weiterzuentwickeln, was ihm Respekt und Bewunderung sowohl bei Fans als auch bei Branchenkollegen einbrachte. Während Jürgen Markus in seiner Blütezeit immense Erfolge feierte, stand seine Karriere in den späteren Jahren vor Herausforderungen. Veränderte Trends in der Musikindustrie und persönliche Rückschläge führten zu einem Rückgang der Popularität im Mainstream. Er blieb jedoch seinem Handwerk treu und veröffentlichte weiterhin neue Musik, wobei er seiner künstlerischen Vision treu blieb. Tragischerweise endete das Leben von Jürgen Markus am 29. Mai 2018, als er im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, COPD, verstarb. Sein früher Tod war ein großer Verlust für die Musikwelt und hinterließ eine Lücke, die niemals geschlossen werden kann. Fans und Künstlerkollegen trauerten um eine geliebte und einflussreiche Persönlichkeit und erinnerten sich an ihn für sein unglaubliches Talent, seine ansteckende Leidenschaft und sein bleibendes Erbe. Auch in seiner Abwesenheit lebt der Einfluss von Jürgen Markus weiter. Seine Lieder werden weiterhin von alten und neuen Fans geschätzt, die in seinen tief empfundenen Texten und fesselnden Darbietungen Trost, Freude und Nostalgie finden. Seine Musik ist nach wie vor ein Beweis für die Kraft der Emotionen und die Fähigkeit einer einzigen Stimme, Herzen und Seelen zu bewegen. Das Vermächtnis von Jürgen Markus erinnert daran, welchen tiefgreifenden Einfluss ein Künstler auf die Welt haben kann. Mit seiner Musik berührte er Leben, inspirierte Menschen und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der deutschen Musikindustrie. Seine unerschütterliche Hingabe an sein Handwerk, seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Widrigkeiten und seine Authentizität sowohl in seine Kunst als auch in seinem Privatleben inspirieren weiterhin Generationen von Künstlern, die danach streben, durch ihre kreativen Bemühungen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das Leben und die musikalische Reise von Jürgen Markus veranschaulichen die Kraft von Leidenschaft, Belastbarkeit und Authentizität. Von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seinem Aufstieg zum Star meisterte er persönliche Probleme mit Anmut und nutzte seine Stimme, um die Herzen von Millionen zu berühren. Auch wenn Jürgen Markus nicht mehr unter uns ist, lebt seine Musik weiter und erinnert uns an den tiefgreifenden Einfluss, den Kunst auf unser Leben haben kann. Sein Vermächtnis ist ein Beweis für die anhaltende Kraft der Musik und die Fähigkeit eines einzelnen Menschen, eine ganze Branche unauslöschlich zu prägen. Um, 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 um Untertitelung des ZDF, 2020